Test, 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 gut. So, hallo, herzlich willkommen zum ersten Live-Video. Ich wurde gebeten im Unterricht der Klasse 8c über die Aufgabe 8, Seite 113 im Lambacher Schweizer 4, Mathematik für Gymnasium Land Baden-Württemberg, mal kurz zu sprechen. Das heißt also zu zeigen, wie diese Aufgabe mit dem grafischen Taschenrechner gelöst werden kann. Ich schalte den Taschenrechner ein. Denn das Erste, was ich brauche, ist natürlich die Funktionsgleichung. Jetzt habe ich hier natürlich eine ganze Menge Funktionsgleichung drin stehen, die ich erstmal alle mal schnell rauslösche. Zack, so. Und ich gebe jetzt die Funktionsgleichung ein. Ihr könnt ja mitmachen hier in der Klasse, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. y ist gleich minus 0,488x² plus 24,4x plus 0,5. Die 0 kann ich weglassen. So, damit hätte ich jetzt die Funktionsgleichung eingegeben und ich könnte mir jetzt den Graph der Funktion ausgeben lassen. Das sieht im Standard-Zoom so aus. Und ich kann jetzt natürlich hier über Zoom-Out herauszoomen. Jetzt muss ich nochmal die Enter-Taste drücken und jetzt kriege ich die Funktion. Das war zu wenig. Gehe ich nochmal mit Zoom-Out rein. Enter. Ihr könnt ruhig mitmachen, ja. So. Und das Wort wird nochmal zu wenig, aber jetzt sehe ich schon den abfallenden Parabel-Ast. Ja. Also gehe ich einfach nochmal ran und mache nochmal ein Zoom-Out und dann sollte ich den Scheitelpunkt der Parabel sehen. Mit Enter bestätigen nochmal und jetzt wird mir, aha. Jetzt sehe ich hier den Scheitelpunkt. Ja. Soll ich mal Samuel sagen, ohne dich zu enttarnen. Gut. Wenn ich den Scheitelpunkt habe, könnte ich jetzt mit Zoom-Box, Z-Box, Enter, das ein bisschen eingrenzen und könnte mir nur noch den Scheitelpunkt anzeigen lassen. Ihr seht hier dieses kleine Kreuz bei euch auf dem Taschenrechner-Display. Das bringen wir oben rechts vom Scheitelpunkt in Stellung. Mit der Enter-Taste und den Körsertasten können wir jetzt die sogenannte Zoom-Box aufziehen, öffnen. So, und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann bekomme ich das, was in dieser Box jetzt beinhaltet ist, groß auf meinem Display angezeigt. Also das ist die Y-Achse und hier ist der Scheitelpunkt. Gut, jetzt kurz nach unten gescrollt. Jetzt könnte ich mir natürlich diesen Scheitelpunkt nochmal mit Zoom-Box ein Stück, ich zeige es mal einfach, mit Zoom-Box noch ein Stück weit näher holen. So, dass ich nur noch den Scheitelpunkt in meinem Display habe, da ist er, und zwar richtig schön groß. So, und jetzt brauche ich aber die Möglichkeit, das Maximum der Funktion zu berechnen, ja. Und das kann ich über die Funktion Calc. Also gehe ich auf Second Trace, öffnet sich das Calc-Menü und hier gibt es den Menüpunkt Minimum und Maximum. Ich wähle also jetzt Maximum aus, drücke die Enter-Taste, da springt der Punkt auf den Graphen. Wichtig ist, dass ich jetzt den Punkt einmal links von der Stelle platziere, für die ich das Maximum berechnen will, oder den Bereich. Und nach der Enter-Taste hier oben sehen wir jetzt, also das berechnet wird von hier bis hier. Jetzt sehen wir also, in diesem Bereich wird das Maximum bestimmt. Dieses Guess müssen wir jetzt einfach mal überspringen. Jetzt rechnet der das Maximum aus und zeigt mir hier unten das Maximum an. An der Stelle x gleich 25, das hier ist ein Rundungsproblem, ja, weil wir ja numerisch rechnen. Wir haben ja kein echtes Verfahren, der nähert sich dem Maximum an, das Programm, das hier verwendet wird. Und hier haben wir das Maximum, also sprich die Höhe an dieser Stelle beträgt also 305,5 Meter. Damit wäre die Gipfelhöhe fantastikal in der Aufgabe angegeben mit 300 Metern tatsächlich erreicht. Also das zur Aufgabenstellung ist die Angabe der Gipfelhöhe richtig, in dem Falle müssten wir antworten ja. So, die zweite Aufgabe B, wo könnten die Reste der Rakete landen? Ist das Ergebnis realistisch? Nun, wenn es darum geht, wo könnten die Reste der Raketen landen, was benötigen wir dann, Janik? Wir brauchen die Nullstellen, ja, also schauen wir uns die Funktion nochmal. Ja, ich will das jetzt nicht nochmal zurückgängig machen. Wir brauchen die zweite Nullstelle und die zweite Nullstelle könnten wir also jetzt hier berechnen. Problem, wenn wir hier die Nullstelle machen wollen, seht ihr es, finden wir hier keinen Bereich, in dem die Nullstelle sich befindet. Also müssen wir doch erstmal den Zoom wieder entsprechend einstellen. Ich empfehle jetzt, das natürlich gleich direkt über das Fenster zu tun. Y Min würde ich jetzt hier einstellen, natürlich auf Null, beziehungsweise auf Minus 1, weil ich will ja auch unter die X-Achse kommen können. Die Höhe mit 307 ist okay. Wenn sich der Scheitelpunkt bei 25 befindet, von wo bis wo macht es dann Sinn, die Argumente zu wählen? Hat jemand eine Idee? Janik? 0 bis 50, klingt gut. Alle einverstanden? Ja, vielleicht gehen wir ja ein bisschen weiter ran, nehmen also Minus 3 bis 50 oder 55, lieber ein bisschen mehr als nochmal nachreguliert. So, die Skalierung ist natürlich jetzt dann viel zu genau in einer Schritten. Wie wird man die Skalierung wählen? 10er Schritte, jawohl, hätte ich jetzt auch gedacht. Und hier sogar in Janis? 50er oder 100er Schritten, ja das soll uns völlig reichen. Wir brauchen ja die Höhe nicht für diese Aufgabe. So, dann lassen wir uns den Graph darstellen. Ah, haben wir das toll gewählt, guckt mal. Ja? So, was wir brauchen ist Entfernung, also diese Nullstelle hier. Da wird die Rakete abgeschossen. Und zwar in einer Höhe von 0,5 Meter, wie ihr aus der Gleichung entnehmen könnt. Ja? Klar, weil da eine Stange dran ist, die ein Stück über dem Herdboden reicht. So, und jetzt berechnen wir also die Nullstelle hier und da gehen wir ran mit Hilfe von Kalk. Wir berechnen Zero. So, jetzt ist hier oben unser Kreuz. Das heißt, wir müssen es also erstmal natürlich ein Stück weit nach rechts verschieben. Hier kommt unsere Markierung. So, dann drücke ich die Enter-Taste und dann gehe ich noch ein Stück weiter. Jetzt ist das Y schon negativ hier, ja. War schon fast zu weit. Reicht auch. So, auf jeden Fall muss das Y negativ sein an der Stelle, wo sich unsere Markierung befindet. Enter. Also für diesen Bereich, der hier jetzt ausgewiesen ist, suchen wir die Stelle, an der die Funktion Null wird. Enter. Und Null wird die Funktion an der Stelle 50,02. Also etwas außerhalb der 50, Janik. Ja? Wir haben wir mit unserem Bereich 50. So, haben das alle verstanden bisher her? So, wir wissen also, die Rakete trifft etwa in einer Entfernung von 50 Metern auf. Du wählst bei Kalk die Funktion Zero aus. Setzt diese Markierung, dieses kleine Kreuz, das du mit den Cursortasten rechts, links verschieben kannst. Das ist einmal links von der Nullstelle, drückst die Enter-Taste. Dann gehörst du nach rechts, rechts von der Nullstelle, drückst die Enter-Taste. Und dann musst du das nochmal mit Enter bestätigen. Und dann bekommst du das angezeigt. So, also nochmal, wenn du jetzt hier die Funktion hast. Ich zeige es nochmal kurz für alle. Second, Kalk, Zero. Unsere Markierung steht jetzt noch an der Nullstelle. Das heißt, wir gehen ein Stück zurück. Diese Markierung meine ich, Samuel. Schau nach vorn. Diese Markierung meine ich, die platzierst du links von der Nullstelle, drückst die Enter-Taste. Und dann schiebst du, guck mal, jetzt hier ist Y56 für die Markierung. Und wenn du die Markierung weiter nach rechts verschiebst, ist das Y jetzt negativ. Es liegt also rechts, die Markierung liegt rechts von der Nullstelle. Und da bestätigst du das jetzt mit Enter. Irgendwo in diesem kleinen Bereich, der hier angezeigt wird, muss sich die Nullstelle befinden. Und das Programm Zero auf dem Taschenrechner, das ermittelt das Ganze jetzt, indem es also eine Reihe von Berechnungen durchführt, um sich dieser Nullstelle zu nähern. Und das schließt du jetzt praktisch mit Enter, löst du das aus. Und dann zeigt er dir hier die Nullstelle an. Also Zero, der Wert Zero, hier siehst du jetzt das Kreuz, befindet sich bei X gleich 50,02. Gut, damit ist die Aufgabe gelöst. Ist das Ergebnis realistisch als abschließende Frage? Ja, warum? Weil der Wind die Rakete überall hintragen kann. Und weil die Rakete natürlich auch einen Luftwiderstand hat. Also es ist annähernd realistisch, wenn man vom Wind- und Luftwiderstand absieht. Das sagt aber jetzt der Physiker, nicht der Mathematiker. So, damit wäre die Aufgabe 2 erklärt und das Video ist zu Ende. Ich werde es dann hochladen und ihr könnt euch euer Video aus dem Unterricht dann bei YouTube mal anschauen. Ja, wir sehen uns wieder auf! ... ... ...